Fische Horoskop für Juli 2024. In diesem Monat müssen Vertreter des Zeichens Fische auf die Karriere achten und die aktive Suche nach einem Seelenverwandten vorübergehend zurückstellen. Der Juli ist ungünstig für neue Gefühle, aber durchaus geeignet für beruflichen Erfolg. Sie können sich sowohl unter der Anleitung eines Lehrers als auch auf eigene Faust kreativ betätigen. Denken Sie daran, dass Selbstentfaltung der beste Weg ist, um Zufriedenheit und Harmonie zu erreichen. Außerdem sollten Sie sich Zeit zum Ausruhen nehmen, um Ihren Körper und Geist zu stärken. Fische sind immer offen für neue Bekanntschaften, aber sie sind schüchtern in der Kommunikation. Sie haben es nicht eilig, Ihr Herz zu öffnen, auch wenn Sie sehr warme Gefühle und Sympathie für eine Person haben. Es scheint, als ob die Vertreter dieses Zeichens in Ihrem persönlichen Leben erfolgreich sein wollen, aber keine entscheidenden Schritte unternehmen, um den Erfolg zu erreichen. In Wirklichkeit sind Sie vorsichtig und handeln klug. Es ist Klugheit, kann aufrichtige Gefühle vor Spott und Angriffen zu schützen. Ratschlag für Juli für Fische. Bei der Arbeit verhalten sich Ihre Vorgesetzten vielleicht nicht fair. Manchmal müssen Fische die schwierigsten Arbeiten erledigen, weil andere Mitarbeiter sich weigern, sie zu erledigen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass solche Aufgaben Ihrer Produktivität abträglich sind, zögern Sie nicht, sie abzulehnen, zeigen Sie Mut und Entschlossenheit. Als Führungskraft und verantwortungsbewusster Mitarbeiter sind Sie wertvoll, also haben Sie keine Angst, arbeitslos zu werden oder die Gunst Ihres Chefs zu verlieren. Es ist ratsam, mehr auf Ihre Gesundheit zu achten. Fische vergessen sehr oft, dass in Ihrem Tagesablauf alle Arten von Aktivitäten vorhanden sein sollten, geistige, kreative und körperliche. Wenn Sie auf jeden Lebensbereich achten, können Sie das Gleichgewicht der geistigen und körperlichen Kräfte wiederherstellen und günstige Bedingungen für die Entwicklung und Erholung des Körpers schaffen. Schieben Sie den Sport nicht auf und lassen Sie das Training nicht ausfallen. Regelmäßigkeit und Disziplin sind die Grundlage für alle positiven Veränderungen im Leben. Liebes Horoskop für Juli. Die Sterne raten den Fischen, sich nicht nach neuen Beziehungen umzusehen, sondern das zu bewahren und zu verbessern, was Sie bereits haben. Es geht um Familienbande, persönliches Wachstum und Entwicklung. Achten Sie mehr auf sich selbst, versuchen Sie, Ihre eigenen Interessen einzuschätzen und beginnen Sie, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Es ist wichtig, sein Leben so einzurichten, dass es voll und ganz bereit ist, neue Gefühle zu akzeptieren, wenn der richtige Moment gekommen ist. Bis dahin sollten Sie Ihre Tage mit Freude verbringen und sie mit angenehmen Erfahrungen füllen. Einige Tipps für Ihr persönliches Leben. Achten Sie auf Ihr Aussehen und Ihre körperliche Verfassung, lassen Sie nicht die Hände hängen, wenn das andere Geschlecht Sie nicht beachtet. Schätzen Sie die Gelegenheit, jeden Abend mit Ihrem Lieblingsmönchen zu verbringen, machen Sie ihm Geschenke und Komplimente. Zügeln Sie den Ärger, der in der Ehe oft aufkommt, vielleicht gibt es keine objektiven Gründe dafür. Fische-Frauen-Horoskop für Juli. In der Ehe leiden Fische oft unter Reizbarkeit. Der Ehepartner erscheint Ihnen vielleicht unzureichend, langsam, unentschlossen. Geben Sie sich Zeit, um zu einem seelischen Gleichgewicht zu kommen. Überstürzen Sie es nicht, Ihre Unzufriedenheit zu äußern. Das kann zu unnötigen Streitereien und Beleidigungen führen. Wahrscheinlich werden Sie nach einer Pause und ruhigem Nachdenken zu dem Schluss kommen, dass alle ärgerlichen Momente nicht so schrecklich sind, wie es anfangs schien. Seien Sie nicht geizig mit freundlichen Worten, Unterstützung und Geschenken, Großzügigkeit und Selbstlosigkeit sind das Herzstück jeder aufrichtigen Beziehung. Es ist auch wichtig, dass Sie in der Lage sind, Geschenke und Komplimente anzunehmen. Scheuen Sie sich nicht, Dankbarkeit und warme Gefühle für Ihren Partner auszudrücken, wenn er sich bemüht, Ihnen zu gefallen. Fische-Horoskop für Juli. Fischemänner müssen gut aussehen, und ein spektakuläres Aussehen erfordert eine Menge Selbstdisziplin. Regelmäßige sportliche Betätigung macht Ihre Figur schlank, und hygienische Maßnahmen halten Ihre Haut, Ihr Haar und Ihre Augen gesund und schön. Wählen Sie Ihre Kleidung verantwortungsbewusst aus, halten Sie sie sauber und ordentlich. Auch wenn Sie im Moment keinen geliebten Menschen in Ihrem Leben haben, versuchen Sie, ein anständiges Äußeres zu bewahren. Es hilft, ein gutes Selbstwertgefühl und Selbstachtung zu entwickeln. Die Fische genießen die Zeit des Werdens und der Annäherung und vergessen dabei oft, dass diese Zeit flüchtig ist. Es lohnt sich, sich in der Phase des gegenseitigen Kennenlernens richtig zu verhalten. Versuchen Sie, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Achten Sie auf die guten Taten des Partners und seine Bedürfnisse. Finanzhoroskop für Juli. Fische wählen Ihre Berufe sorgfältig und mit großer Liebe aus und bleiben daher Ihrer Arbeit viele Jahre lang treu. Selbst im Juli, wenn viele die Arbeitslaune verlieren, behalten Sie die Verantwortung und die Leidenschaft für Ihr Fachgebiet, was ausgezeichnete Bedingungen für den beruflichen Aufstieg schafft. Viele Kolleginnen und Kollegen werden im Urlaub sein und es eröffnen sich ihnen vielfältige Perspektiven. Scheuen Sie sich also nicht, neue Ideen umzusetzen und sich an vielversprechenden Projekten zu versuchen. Astrologischer Rat. Arbeiten Sie ohne Unpünktlichkeit, auch wenn das Wetter für Unterhaltung und Spaziergänge günstig ist. Achten Sie bei der Wahl eines neuen Arbeitsplatzes auf das Management, seine Kompetenzen, seine Umgangsformen und seinen Charakter. Seien Sie friedlich, aber lassen Sie sich nicht von anderen beleidigen, reagieren Sie auf alle Belästigungsversuche und vermeiden Sie Provokationen. Manche Fische gehen oft aus, verbringen Zeit mit Freunden oder haben Spaß. Ein dichtes Abendprogramm könnte Sie daran hindern, morgens pünktlich zum Weckruf aufzustehen, was zu systematischer Unpünktlichkeit führt, die Ihrer Karriere schadet. Halten Sie sich an das Tagesprogramm, auch wenn Sie sich amüsieren oder noch lange auf einer Party bleiben wollen. Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, die Arbeit zu verschieben oder später als erwartet an den Arbeitsplatz zu kommen. Einige Vertreter dieses Zeichens werden beschließen, sich einen neuen Job zu suchen, und diese Entscheidung wird von den Sternen voll und ganz gebilligt. Gleichzeitig sollten Sie daran denken, dass bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen nicht nur der Arbeitgeber sie bewertet, sondern der Bewerber auch das Verhalten des zukünftigen Chefs analysiert. Wenn Sie sich über einige Umgangsformen der Person, die das Vorstellungsgespräch führt, ärgern, sollten Sie der Stelle nicht zustimmen, vielleicht wird die Arbeit unter seiner Führung mit Stress und unangenehmen Gefühlen verbunden sein. Kollegen können Ihnen in einem schwierigen Moment helfen, aber Sie können auch einen gewöhnlichen Arbeitstag in eine wahre Serie negativer Ereignisse verwandeln. Der Neid auf Ihre Erfolge lässt Ihre Umgebung nicht zur Ruhe kommen, stellen Sie sich also auf alle möglichen Hindernisse ein, es kann zu kleineren Konflikten im Team kommen. Bleiben Sie in solchen Momenten ruhig, aber machen Sie unmissverständlich klar, dass Sie Beleidigungen nicht dulden werden. Wenn es zu Provokationen kommt, ignorieren Sie solche Angriffe und geben Sie Ihren Kollegen keinen Grund, Sie eines unangemessenen Verhaltens zu bezichtigen. Gesundheitshoroskop für Juli. Der Widerwille, auf seine Krankheiten aufmerksam zu machen, ist oft auf Erziehungsfehler zurückzuführen. Einige Fische haben von ihren Eltern nicht genug Aufmerksamkeit erhalten und haben nun Angst, anderen gegenüber schwach oder lästig zu erscheinen. Tatsächlich ist es nicht verwerflich, sich um seinen Körper zu kümmern, denn jeder ist für sein eigenes Wohlbefinden verantwortlich und sollte daher alles tun, um gesund zu bleiben. Warnungen der Astrologen. Nehmen Sie keine Schmerzmittel, denn sie schaden dem Körper und unterdrücken wichtige Signale. Seien Sie geduldig bei der Behandlung von chronischen Krankheiten, erwarten Sie keine sofortige Wirkung von der Therapie. Achten Sie auf Ihre Emotionen, lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihr Handeln kontrollieren, sonst führt das zu Depressionen und Einsamkeit. Fische glauben oft, dass Schmerzmittel ein vollständiger Ersatz für eine umfassende Behandlung sind. Diese Sichtweise der Krankheitsbekämpfung ist sehr gefährlich, denn wenn man die Schmerzen lindert, kann man sein Leiden leicht vergessen. Gleichzeitig wird die Ursache der Beschwerden oder Krämpfe nicht beseitigt und die Krankheit geht später in eine ernstere Phase über. Wenn Sie sich an Ärzte wenden, überstürzen manche Fische die Dinge und erwarten eine sofortige Wirkung. Wenn Sie feststellen, dass diese Erwartungen nicht gerechtfertigt sind, sind Sie enttäuscht und hören auf, die Medikamente einzunehmen und das Regime zu befolgen. Die Sterne erinnern daran, dass jede Behandlung ein langer Prozess ist, der ständige Anstrengungen erfordert. Wenn Sie heilen und genesen wollen, sollten Sie sich daher darauf einstellen, die ärztlichen Verordnungen über einen langen Zeitraum zu befolgen.